So, ist das Ding hier an? Ja, hallo. Hallo YouTube, willkommen zu einem Faultier-Video. Tja, wir haben doch mal geguckt, wo meine Tomatenpflanzen angefangen haben. Ja, und die sehen jetzt mittlerweile so aus. Da befinden sich die Kartoffeln. Und, was ihr gar nicht gesehen habt, ich hatte mir noch Paprika besorgt. Die sind schon gewachsen, Eisplatten. Scheiß am Start, scheiß so nett. Seht euch mal das an. Fantastisch. Chinesen müssen die Sonne unter heißen Platten.